Ich habe den scheiß Dampferficker, ich baue dich jetzt ab. Wir müssen da auch hier. Ich mache das. Ich habe das. Ich habe das. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich jetzt hab sie immerhin gesagt ich kann zurück gehen erste phase ist eh easy das geht schon aber wenn er dann seine hände nimmer hat ein neues sommermarsch es bleibt nicht so hart oh der scheiß falsch hat man einfach ein viertel von meinem leben gemacht scheiß beide hände weg ja jetzt sind beide hände weg ich habe adrenalin gerade gehabt es war voll und dann habe ich es nicht benutzt ich habe ihn nicht benutzt ah das ist auch getauscht bich ah Bro, der hat nur 10.000 Leben. Der möchte ich gar nicht viel Leben haben. Boah, ich muss ausweichen. Ich bin genau drauf gesprungen. Bro. Ich habe einen Link, ich habe einen guten Schaden. Ja, ich habe es gesehen, er hat nur 7.000 jetzt. Ich habe 6 Sekunden. Aua. Aber wenn jetzt, gut leben. Ja, ich nicht. Ich hätte auch gerne gut leben, muss ich sagen. Alter, f*** auf. Aber scheiße, er geht auf mich. Jetzt habe ich bis jetzt, dass du provoziert hast, ich will sicher beleidigt. Ich springe aber auf dem Depp die ganze Zeit. Was? Da ist dein Handy wieder. Echt jetzt? Ja und, er ist nur in Rage. Was? Bro, Calamity, was hast du gemacht? Ich muss runter. Bro. Der hat nur 37 Prozent. Okay, Ahan ist weg. Nein. Nicht. Achso, er hat sich teleportiert. Madden not. Alter, ich habe gerade Adrenalin gehabt. Ich glaube, er schlagt mich schon wieder. Bro. Ja, lass mich nicht hoch. Ich lande wieder aufhören. Ma, da ist wieder hoch. Lass mich hoch. Jetzt kriegst du kaputt bei allen Schaden, oder? Ach, nicht dabei. Ah, jetzt haben wir da voll Adrenalin gehabt. Ma, da ist wieder hoch. Oh, Adrenalin. Er, er kickt mich die ganze Zeit auf, wieder voll hoch. Und dann lande ich wieder aufhören und er geht wieder auf mich. Und ich rufe die ganze Zeit. Naja, ich bin eine gedocht. Er hat nur Viertel Leben. Sechs, fünf Sekunden. Ah, das ist ja. Ehrlich lebt noch. Ja. Aber ich bin jetzt so lange gedocht, Alter. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe Adrenalin gehabt. Aber jetzt haben wir noch eine Hand. Eine ist weg. Ja. Die macht nicht so viel damage wie jetzt. Ich muss mal schauen, weil mir geht jetzt auf meine Hauptwarte, was ich da hinten fernnehme, die Munni aus. So, er hat nur ein Fünftel. Er hat nur zwei Leben. Scheiße. Scheiße, ich brauche einen, du musst Schaden machen. Bei der B, wenn du eine B, wie du treffst, dann kannst du das nicht so sein. Alter. Er ist in mir drin gespawnt, der Nut. Der Nut. Der Nut. Ich will keinen B, wie du den mit meinen Scheiß Slime Pad. Nigger. Alter. Alter. Was soll das, Alter? Alter. Alter. Einfach innen drin gespawnt. Was soll der Scheiß? Kann er bitte auf die gehen, weil das wäre... Was soll ich da machen, Alter? Wenn er einfach innen gespawnt. Es wär dark. Ja, ich merks. Er hat nur 7%. Ben, ich fetz. ich mach nicht so viel damage leo 2 prozent nur 0,3 nice nice leo jetzt ist stark sogar na nur nicht ist sogar nur nein ich sag's mir sicher du sicher so löschtes kundenarm ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020